Hallo Leute und herzlich willkommen zu TrainSymworld 4. Bald ist es Vergangenheit und dann heißt es ab sofort TrainSymworld 5. Und ich bin schon so gespannt auf das Spiel. Es sollen einige große Verbesserungen kommen. Und auch der Schaffner-Modus, auf den ich mich am meisten freue. Ich habe gedacht, wir suchen uns erstmal ein Repaint für die Vectron. Indem wir heute eine Fahrt tätigen auf der Vorheilbeckbahn. Schauen wir mal, welche schöne Repaint wir hier finden. Das hier ist doch ganz nice. Das laden wir auf jeden Fall schon mal runter. Dann haben wir hier ein Siemens, Nutella. Brauchen wir nicht. Die Box Express brauchen wir auch nicht. Die ÖBB ist natürlich interessant, ne? Aber ich glaube, wir bleiben bei unseren. Oder was haben wir denn hier Schönes noch? Es gibt einfach zu viele Leute. Was soll man da nehmen, ne? Alleinschauung, Raypool, wie viel es da gibt. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal zu den Zügen. Suchen uns die Vectron raus. Und dazu ein Repaint, was wir mittlerweile haben. Hier haben wir mittlerweile einen Haufen. Nehmen wir doch die DCDD. Auf der Strecke Vorarlberg. 32 Minuten. Hier 7.57 Uhr. Das klingt doch super. Zurück zu TSW 5. Hier ist es angekündigt. 17. September. Mit dem ICET. Und einer neuen Strecke Frankfurt. Und wer das große Bündel kauft, kriegt sogar noch ein Flix-Train dazu mit optimierten Wagen. Ob man es jetzt braucht. Aber es soll ja eine andere Vectron sein. Eine andere Version der Vectronen. Da sind wir mal gespannt, ne? Aber ich schaue mir jetzt erstmal hier. Let's go. Vorarlberg. Rüsten wir das Teil mal auf. Erstmal den Hauptschlüssel rein. Dann gehen wir auf Fahrt vor. So, die AFB. Tun wir mal auf. 45. Führerbremsventil. Ah, so. Haben wir das auch. AFB ist eingestellt. Dann brauchen wir noch die SIFA. LZB, SIFA. Perfekt, da haben wir alles. Schauen wir mal her. Das ist der Foto-Modus. So. Haben wir erstmal hier ein Bildchen. Wir versuchen mal ohne Hilfsmittel heute zu fahren. Das schafft man schon, oder? Mit AFB geht es schon. 40 ist vorgewählt. Bremse lassen wir noch leicht drin. Wir warten noch auf einen Zug, der uns überholt wahrscheinlich. Warten können wir ja gut, oder? Machen wir mal das Fenster hier hinten auf. Zack. Ja, wo bleibt da denn der andere Zug? Ah, da kommt er. Wenn wir Glück haben, fährt er durch. Wenn wir Pech haben, hält er erstmal. Dann haben wir natürlich noch länger Aufenthalt. Na ja, hält er erstmal. Machen wir mal die Tür auf und spitzen raus hier. Na, das ist die S-Bahn, die wird vorgelassen. Na, aber zurück zur TSW 5. Es ist ja auch noch eine Strecke angekündigt. Mannheim-Kaiserslautern. Darauf bin ich auch schon gespannt. Angesiedelt im Jahr 2010. Also nichts Neues. Wird es auch kein Flirt geben. Ich schätze mal, da waren die Dostos ganz normal. Aber jetzt sind wir noch froh, dass wir unseren alten TSW haben. Was heißt alt? Ein paar Monate alt und schon wird er ersetzt. Ist ja auch in Ordnung. So, wir warten jetzt, bis der gute Kollege ausgefahren ist. Und ich schätze, dann kriegen wir auch fahrtfrei. Mittlerweile ist es 8 Uhr. So, können wir schon mal die Bremse lösen. Wir füllen den Bremsbälder auf. Wir müssten jetzt jeden Moment Freigabe kriegen. Schauen wir mal. Können wir mal die Fahrdienstleitung fragen, oder? Abgelehnt, ja. Na, jetzt ist eh grün. Dann, let's go. Na, was ist denn jetzt noch? Jetzt, da komm, da. Jetzt geht's los. Ah, wir haben die Lackbremse nicht gelöst. Ah, wir haben die Lackbremse nicht gelöst. Boah, grausam, was ist das? Das befreien wir erst mal die PZB. Irgendwelche Bremsen lösen sich hier nicht. Na, was haben wir denn jetzt? So. Sorry für die Probleme. Ich weiß gerade nicht, was die Lok hat. Parking-Break wird mir angezeigt. Ah, jetzt geht's weg. Müssen wir einfach mal beschleunigen. So, jetzt scheint's zu gehen. Na, jetzt die AFB-Ausse. Dürfen wir schon schneller? Schauen wir mal nach. Ach, ja, wir dürfen schon 100. Jetzt haben wir schon wieder eine Bremse kassiert, oder was? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ist denn das? Jetzt müssen wir die AFB natürlich wieder anstellen. Zack. So, bestätigen. Bremse ist wieder offen. Dürfte jetzt funktionieren. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. So, jetzt startet sie. Ich hoffe, dass wir es jetzt in den Griff kriegen. Wir bleiben jetzt auch drin. Wir fahren jetzt 18 Kilometer nach Blu-Dance mit 100 Kamer. Auf geht's. Jetzt sind wir endlich mal auf Vollgas. Zephyr ist auch an. Und da ist der schöne Vorarlberg. Wunderschöne Aussicht hier von der Wektron. Wir dürfen gleich die AFB auf 110. Nein, darf man nicht. Wir haben hier Ankündigung. Jetzt gehen wir runter. Auf 70. Dieses Signal kennen wir gar nicht hier. Okay. Müssen wir mal schauen. Wieder von 100 fahren. Eigentlich. Ich schätze, der Vorzug war einfach nur in dem Block drin. Deswegen beschleunigen wir jetzt einfach auf 90. Jetzt geht es hier durch den Tunnel. Und zack, dürfen wir 140 an. Ja, sieh, 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 sieh. Der Ton hier bei der Lok, der ist wirklich grausam. Ich mag den nicht. Aber unser Zug scheint richtig schwer zu sein. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir... Dürfen wir 120? Dürfen wir 120? Ich glaube nicht. Wir dürfen nur 100 mit dem Zug. Na, jetzt haben wir schon wieder langsam Fahrstelle. Ja, ich glaube die reine Motorkraft langt aus. Schauen wir mal, was das nächste Signal spricht, ob wir volle Kraft voraus haben. Ja, ich glaube nicht. Zieh mal. Wurde? Bist du ja nie in der Hand? 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 22. 20. 20. Vielen Dank.